Hier kommt das Statement des österreichischen Innenministers zum möglicherweise größten Spionageskandal der Zweiten Republik. Die Händis wurden da dummerweise nicht gerettet, sondern letztlich über Herrn Ott nach Moskau verkauft. Sie haben einen Tag zum Polizeidirektor ernannt. Vor zwei Jahren haben Sie in den letzten Tagen mal gefragt, warum er die Händis nicht am Dienstweg hat reparieren lassen. Ich will Sie bitten, in diesen Dingen sehr sensibel und genau zu bleiben. Er ist Bundespolizeidirektor. Das ist eine neue Form, die hier geschaffen wurde. Und er ist Bundespolizeidirektor und damit für die ganze Polizei in ganz Österreich. Was ändert das jetzt an meiner Frage? Weil das sein Titel ist. Sein Titel ist Bundespolizeidirektor. Sie bestehen darauf genau zu sein, daher bestehe ich auch darauf genau zu sein in diesen Fragen.